zurückzubringen. Vielleicht gelingt es meinen bescheidenen Penaten. Ich erinnere mich, der Halunke drückte sich gerade so aus und sprach von Penaten. Vielleicht also gelingt es mir, dein verhärtetes, äh nein, ich sage nicht verhärtetes, dein verführtes Herz zum Schmelzen zu bringen. Er nahm mich, meine Herrschaften, an der Hand und geleitete mich zu den Seinen. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich zitterte. Wie soll ich Ihnen unter die Augen treten, fragte ich mich. Sie müssen wissen, meine Herrschaften, es ging da, wie soll ich mich ausdrücken, um eine kitzlige Angelegenheit, etwa um die Madame Polsunkowa, ja, um Maria Fedosyevna, nur war ihr offenbar nicht beschieden, Madame Polsunkowa zu werden, wie Sie sie nennen. Diese Ehre ist ihr nicht zuteil geworden. Fedosye Nikolaj hatte, wissen Sie, im Grunde gar nicht so unrecht, wenn er behauptete, ich gelte im Hause beinahe schon als Sohn. So hatte es sich vor einem halben Jahr tatsächlich verhalten, als noch der Junker in Reserve, Michaelo Maximitsch Edwigailov, Christoph. Zuhause!